der 16 samstag achtung ihr müsst mal was gucken bevor wir jetzt zum punkt das wisst ihr wer das war das war lukas der räuber der frisst aber auch echt alles also heute ist der 16 und der 16 ist gutschein für ein leberkäse bräume das meiner du brauchst dich da nicht freuen ich habe den hunger du nicht so dann sage ich mal tschüss bis morgen vielleicht noch mal morgen wieder eine kleine live übertragung mit kochen frühstücks kochen so denn tschüss morgen